Danach auf dem Weg ins Fernsehstudio. Ich gucke natürlich auf die 20, 25 Prozent der AfD-Wähler. Und das ist schon, was mich umtreibt. Ich meine, ich habe angefangen mit Politik, weil ich mich gegen Rechts eingesetzt habe, wo ich in der Handtiefe mit aktiv gewesen bin. Und jetzt sieht man auf einmal, dass da 25 Prozent der Leute Rechtsextreme wählen.